jetzt und dann kann ich aber trotzdem mitreden die pflanzenfotos und toll wie wärst du versuchst etwas schwierigeres zu fotografieren wie tiere es ist schwierig sie zu fotografieren weil sie sich dauernd bewegen du sollst einige eilichhörnchen auf dem hauptplatz und kaninchen auf der wiese finden die kaninchen sind hart die kaninchen zu finden wird schwierig also was heißt schwierig das ist die da bleiben sind so schnell immer weg damit kaninchen habe ich da echt aber ich bin tatsächlich froh dass es mal geregnet hat ich muss tatsächlich gucken erzählt das noch oh mein gott es hat erzählt wir können die fütternden bleiben die vielleicht stehen der die haben tatsächlich nichts zumindest bisher nicht das eichhörnchen ja das kann man füttern das ist sogar schon recht zutraulich sprich mit goofy dann nehme ich noch mal mit und hallo goofy wir haben ein paar tolle bilder aber irgendwas fehlt noch ich hab's wir haben pflanzen aber keine bilder von blumen es wäre eine schande nicht all die schönen blumen im tal zu fotografieren es gibt jede menge löwenzahn ob das eine menge ist das ist gelogen das ist aber die übelste lüge und bartfaden auf dem hauplatz auf der wiese sind gänseblümchen und groß blütiger bartfaden der bartfaden wachsen an vielen orten du solltest in der lage sein tolle bilder von ihnen zu machen rotknöpfchen grün blühender bartfaden weißer und rosa fadener bartfaden grün blühender bartfaden das hier wahrscheinlich dann ich teste einfach nee das war keiner oder das war basilikum ok weißer oder rosa farbener bartfaden weißer und rosa farben ich glaube die rotknöpfchen sind noch das eine hier ist jetzt kohl ich ziehe erst mal weiter stelle mal rosa gefangen beim ausgehen an mit singen straßkettel fort und fort weg von der türi macht das macht das das hier könnte grün blühen mit dieser pelo blick ja das war grün blühen da okay das könnte der rote sein nee war es nicht wo das hat einfach nicht gepasst löwenzahn ist wieder so eine sache da weiß ich zwar mittlerweile wie es aussieht aber war das das roter bartfaden und knöpfchen brauchen war hier ist der löwenzahn auf jeden fall hier das ist doof boah das ist aber scheiß blick löwenzahn haben wir auch weiße und rosa fahrt 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 das hier was ist das weiße und rosa farbene bartfaden okay was wäre das muss ich davon noch mal was finden irgendwo heute hier glaube ich noch welchen hoffe ich nicht dass ich jetzt den einzigen davon gepflückt habe da ist er noch und das rotknöpfchen brauchen wir noch wird dann bestimmt irgendwo hier unten sein das ist lila farbener bartfaden witzig weiß aber noch nicht mal wo ich denn finden so das rotknöpfchen das ist weiß also nicht rot das hier wahrscheinlich das ist das einzig rote was ich hier noch finde ja perfekt goofy immer die suchen nach den leuten da wow sie dir all die wunderschönen fotos des tals an du hattest recht denn daher du bist sehr kreativ das sieht doch schon mal nach einem guten anfang aus schön dich zu sehen kumpel und extra hat aber tatsächlich nicht gereicht zwei von drei brauche ich immer noch und hierfür brauche überall nächste aufgabe charakter freistellen freundschaften aufwerten schütterner strand oder dafür muss ich überall weiter kommen aber ich kenne keine aufgaben mehr außer der hier ok er ist auf fünf müsste ich smaragd und so was gegrilltes gemüse aber er ist schon auf fünf gegrillter fisch ja wenn ich weiß wie ich den gegrillten fisch hinkriegen würde oder oder fugu für fugu müsste ich fischen warte mal womit hatte ich ihn mit angeln ok dann gehe ich mit mickey einfach angeln wenn ich ihn finde hallo 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 du ähm lass uns mal abhängen aber ich gucke jetzt einmal das mit dem gemüse nochmal und das mit dem fisch gleich auch nochmal ist der knöller ja ja deftiger salat ist es ok daraus wird also ein deftiger salat probier mal den fisch gegrillter fisch hallo geil und stufe fünf hui hui es ist schön hier so viele freunde zu haben wunderbar äh das weiter was für nackt was für nackt und neues level so ich kann aber einmal gucken garderobe wobei warte mal anpassen neues hinzufügen um oh mein gott ich kann die dann selbst design oder wie ein hauch von magie haftungsausschluss hauch von magie ist ein werkzeug mit dem du deine kreativität zum ausdruck bringen kannst bitte achte darauf dass du inhalte erstellst die für alle zielgruppen geeignet sind ah ja ok und dann kann ich hauch von magie kameranwinkel ändern ach quatsch ok natur blütezeit boah alter wie lange sitzt man denn dann dann da da dran oh mein gott ist das einfach geil ok da fuchse ich mich aber irgendwann mal rein das wäre nämlich dieses hier das kleid ok ja aber halt natürlich doch kein pass aufs oberteil dafür leider komm machen wir das mal ja so dann können wir jetzt zu merlin huch der direkt hier vor steht du hast eine große leistung verbracht indem du deine freundschaft gepflegt deine freundschaften gepflegt hast da daher das dorf wird dadurch nur noch besser werden nun komm schon keine zeit zum trödeln wir müssen zurück zur säule die kugel zurückholen und den fluch auf der wiese aufheben ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen ach so mickey du kannst jetzt mal hier bleiben tschüss einfach tschüss jetzt zurück zur säule auf der wiese okay sehr sehr geil und das kann ich wahrscheinlich jetzt übertragen übertragen das ist ja die kugel der freundschaft in der säule was habe ich getan die den brunnen auf der wiese an da bist du ja glaube ich du hast es geschafft der brunnen ist vom fluch befreit weißt du die alte herrscherin ist mit hilfe von magie von bruns brunnen gereist ähm ich wandere lieber in der tat beim wandern habe ich die schönsten gedanken auch wenn du mal schnell irgendwo hin musst kannst du den brunnen benutzen apropos umher wandern weil die kugel der freundschaft wieder da ist wurde die dunkle magie von den riesen nachtdornen entfernt den weg zum rest des tals blockieren wenn du genug dreamlight sammelt kannst du die riesen nachtdornen entfernen und mehr erkunden mit der zeit sollten wir herausfinden können was mit den anderen geschehen ist die zurückgeblieben sind gerüchten zufolge hielt sich die meerhexe am strand auf äh die meerhexe am strand auf als im tal das chaos herrschte sagtest du gerade meerhexe klingt unheimlich ja du solltest dich vor ihr in acht nehmen sie kann ein bisschen tückisch sein die meerhexe könnte viele der antworten haben die wir suchen ich schlage vor dass du zunächst die strände im süden erkundest oh mein gott oh mein gott ey geil wir können wir kommen weiter wir können dann klicken auf den brunnen und läuft schon ok passt das heißt wenn wir jetzt hier runter gehen oder das schon hier ah ne das ist noch nicht der strand der strand wäre hier glaube ich der seite im süden du bist hier es gibt ein biome im tal das du noch nicht gesehen hast weißt du es heißt schildern der strand ich fürchte du wirst diese nacht dort entfernen und einen weg freimachen müssen ok herzlichen glückwunsch waldai du kannst jetzt den strand besuchen juhu ich kann endlich zum strand geil kill wow huch huch ihm jetzt komm schon uns erwartet will arbeit oh hallo vollständig freundschaft ist alles Das hast du gut gemacht, Adaria. Pflege weiterhin deine Freundschaften und bleibe naugierig. Das werden deine größten Stärken sein. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du bekommen kannst. Ich fürchte, dass das Dreamlight Valley nicht wirklich sicher ist, bis wir alle Kugeln finden und dann ihren Platz zurückbringen. Fühle sie und stelle die Säulen wieder her. Wir zählen auf dich. Na los, wir haben ein Schicksal zu erfüllen. Mit großer Macht. Adaria, einige Dorfbewohner machen sich Sorgen. Unsere Erinnerungen verblassen allmählich. Wir befürchten, dass sich das Vergessen wiederholt. Ach, was ist das alles doch für ein großes magisches Schlamassel. Es ist das Werk eines dunklen Wesens. Es hat eine Höhle verflucht. Ah, es ist also ein dunkles Wesen, das für all diese Flüche verantwortlich ist. Wenn wir verhindern wollen, dass sich das Vergessen wiederholt, müssen wir alles über diese Situation in Erfahrung bringen. Was los ist, wer dafür verantwortlich ist und wie es geschieht? Ähm, womit soll ich anfangen? Am Strand gibt es ein paar versteckte Grotten, so dass sie erforschen. Als das Tal im Chaos versank, flüchtete die Meerhexe in eine Grotte am Meer. Sie ist wahrscheinlich in der Grotte, die du auf der Nordseite des Fremdes gesehen hast. Oder suche die Grotte und finde sie. Wie ich Ursula kenne, hat sie immer ein paar Geheimnisse parat, die sie bereit ist, gegen etwas zu tauschen. Haha, und jetzt lauf. Okay, Oferfix, vermaledeit. Alles ist kompliziert. Ein großes mystisches Chaos. Was ist los, Merlin? Nee, nichts. Oder besser gesagt, alles. Ich will ein Experiment durchführen, aber es klappt einfach nicht. Simsalabam war schon immer eine effektive Variante von Simsalabim. Es klingt, als würde ich schon eine Pause. Wann hast du zuletzt gegessen? Etwas gegessen? Mit Essen vielleicht? Dienstag? Also gestern. Geh auf zu arbeiten. Ich besorge dir etwas zu essen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Bringe Merlin ein Zwei-Sterne-Gericht. Haben wir sowas noch? Haben wir. Wir haben sogar noch einen Stein, äh, Zwei-Sterne-Gericht. Oh Gott. Also manchmal spielt das noch hier. Merlin, bleib stehen. Ich habe was zu essen für dich. Ähm, hier. Ein Fischburger. Oh, das riecht ja herrlich. Anscheinend bin ich tatsächlich ziemlich hungrig. War so in meinen Studien vertieft, dass ich vergessen habe zu essen. Kein Wunder, dass es so frustrierend war. Vielen Dank, Eitaria. Äh, sehr gerne. Erforsche die Höhlen. Geil, wir haben ein neues Gebiet. Wir haben ein neues Gebiet. Das ist so toll. Das heißt, viele, viele tolle Sachen jetzt zum... Oh, zum Erkunden. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Wie ich gesehen habe, können wir jetzt auch Mais herstellen, äh, machen. Ja, Mais-Samen. Und was haben wir jetzt? Oh. Eine kurze Hose. Oh, ich brauche nur so viel, bis ich... ...was machen kann. Okay, da ändert sich nichts. Ins Wasser kann ich wahrscheinlich nichts. Aber ich könnte angeln. Okay, hier könnte ich jetzt noch nicht hin. Aber das geht noch nicht. Es würde gehen, aber... ...ich glaube, die Axt ist dafür noch nicht. Noch nicht weit genug. Also die Spitzsacke. Keine Axt. Brauchen wir dann etwas anderes für. Beziehungsweise, ich glaube, ich könnte von der anderen Seite dann halt ran. So ein Blumen- und Gänseblümchen. Oh, mein Inventar ist voll. Ich könnte was essen. Jetzt ist hier einmal so eine Forelle. Und ein Kleiderbeutel. Das ist drin. Noch eine kurze Hose. Da kann ich sitzen. Jetzt geht ein bisschen was unter Wasser. Jetzt geht es. Da-da-da-da-da-da-da-da. Manchmal blicke ich auf den Ozean und denke darüber nach, über das Tal hinaus zu reisen. Wir können da eine ganz neue Welt entdecken. Oh. Oh. ablegen ein möbelbeutel 5.000 so viel habe ich noch nicht so und um auf die andere weite zu kommen muss ich jetzt darüber dass sie jetzt juckeln ein halber kilometer marsch naja hier ist dann wieder sich pflanzen na doch das tattoo funktioniert auf jeden fall noch hey kann es denn das abgeschmiert gerade wahrscheinlich ne ok dann starte ich mal kurz das spiel ich habe dann starten ja mal kurz neu Und direkt wieder rein. Ich hoffe, dass das alles frei ist schon. Ja. Wunderbar, ist alles frei. Hallo, Micky. Hey, du! Verkaufen. So. Erstmal alles davon. Dann muss ich ja mal gleich gucken. Dann auf jeden Fall in die Richtung. Ob man sieht, wie viel Stein ich eigentlich abgebaut habe? Oh, ich brauche unbedingt mehr Platz. Wir sehen jetzt auch unbedingt zu, dass wir... ... jetzt... ... ein bisschen Platz schaffen. Ein bisschen Geld sammeln. Ich stehe gerne am Strand und schaue auf dem Horizont und frage mich, ... welche neue Freunde vielleicht in meine Richtung sie gehen, während ich warte. Hm. Hast du von überall im Tal hier... Ja, gut. Können die halt schnell reisen, aber... Wie willst du mit einem kleinen Plausch? Nee. Noch will ich das Geld sparen. Brauchen eine Taschenvergrößerung. Mal gucken. Hier ist ja jetzt auch das Event, ne? Womit habe ich eigentlich dieses... ... Premium freischalten? Premium-Sternfahrt und schneller markenzusammeln. Premium-Sternfahrt und schneller markenzusammeln. Premium-Sternfahrt und schneller markenzusammeln. Da hätte es noch mehr... ... umgelekt... ... umgelekt. Okay. Okay. naja und das ist dann halt das echt geld ding quasi scheinbar ja das ist halt mega cute aber jo haben wir denn hier und hier wäre wieder ein goofy shop ihr könnt euch dann wieder ganz viel bauen aber wie gesagt ich muss erst mal für die arbeitung sparen okay das ist jetzt nicht so mein kleidungsstück werde ich wahrscheinlich aber nie tragen ja doch vielleicht zwischendurch mal ja mickey das ist aber da oben glaube ich jetzt erstmal hier alle wurzeln entfernen dann sammeln wir ein bisschen oh mickey kommt gerade hier runter das ist hier da geht es dann da oben ins nächste 3.000 mhm cool micky angelt erstmal wieviel ist das jetzt 3600 hier ist dann die höhle mach ich gleich erst mal inventar vergrößern das war's ich bin unter einem baum eingeschlafen als sie aufwachte konnte ich mich nicht bewegen lila ranken hatten mich überwuchert ihre dornen schmerzten aber sie konnten mich nicht so verletzen wie die einsamkeit also riss ich mich los mal gucken selbst das steinkram kann ich da noch los werden jetzt erstmal alles sammeln was in nid und nagelfest ist lehmensmittel behalten wir natürlich weil wichtig da kann ich wahrscheinlich noch nicht rüber doch kann ich finde ich jetzt nicht erwartet das kann ich noch nicht zerbrechen ok aber doch ich kann was essen schädigt das floß endlich mal was vernünftiges an ey das bohr war auch vernünftig ich wechsle halb der meine klamotten ist aber tatsächlich nur ein spielen so in echt würde ich mich nicht alle fünf minuten umziehen ja das war ja das floß so noch ein paar pflänzchen sammeln dann kaufe ich den kram gleich alter robert zu dir komme ich gleich was hast du für mich einen schönen Tag noch ah die Wiese sieht dank dir schon viel besser aus sie könnte allerdings noch ein wenig mehr verschönert werden bin mir sicher mit deinem Einfallsreichtum könntest du die Wiese im Nut zu einem erstklassigen Reiseziel machen keine Sorge ich werde die Wiese so dekorieren dass sie süß und gemütlich aussieht ich vertraue darauf dass du eine großartige Arbeit leisten wirst denk einfach daran alles mit 110 Prozent zu machen und wir und wirf einen Blick auf meine Waren wenn du weiter weitere Möbel brauchst viel Spaß beim Einrichten auf Wiedersehen und bis bald kriegen wir alles hin kann ich jetzt mal ausmachen da sind noch Blümche jetzt verkaufen ich brauche ein größeres Inventar die größeres na wie geht's verkaufen jetzt kommen wir auch noch ein paar Minuten 5000 hat gerade so gereicht das heißt inventar erweitern ja wie viel für das nächste 20.000 auch nur out ja pro smahrzeit damit sie aber ein bisschen beschäftigt Aber egal, wir haben bisschen Platz. Ich fiel, aber ein bisschen. So, ist irgendwo Groofy? Ja, hi. Hier. Ich schätze, die Flut muss es angespült haben. Da fällt mir ein, dass ich neulich jemanden auf dem Meer singen gehört habe. Sie hatte eine wirklich schöne Stimme. Ich hoffe, sie hat da draußen keinen Schiffsbruch erlitten. Wenn wir dieses Floß reparieren können, dann kann ich auf eine Deckungsrate gehen. Das klingt großartig. Ich glaube, ich weiß genau, was wir brauchen. Etwas Hartholz, Seile, Lehm und einige Eisenbarren. Du findest Hartholz im Wald der Tapferkeit und Lehm auf der Lichtung des Vertrauens. Du musst etwas gegen die Riesennachtdorn unternehmen, bevor du das beschädigte Floß reparieren kannst. Bis bald! Ja. In die meisten Gebiete komme ich jetzt schon nicht rein. Das dauert also. Ich kann mir vorstellen, dass es da real war. Eisenbahn, Hartholz. Ja. Lichtung des Vertrauens kommen wir noch nicht hin. Und Wald der Tapferkeit kommen wir auch noch nicht hin. Das Witzige ist, ich glaube, hier wird dann irgendwas mit Anna und Elsa sein. Wald der Tapferkeit. Weiß ich nicht. Könnte Dinge sein. Das hier wird Ariel und Vajana sein, wahrscheinlich. Das hier wird wahrscheinlich König der Löwe sein. Iron! Na? Alles gut? 68 Kleidungsstücke von 716. 24 Möbel von 973. Boah, Alter. Wie viel wollen sie haben? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, angeblich sollen es 40 bis 50 Spielstunden sein. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hier schon haben. Sehe ich leider auch nirgends. Das würde mich echt mal interessieren. Wobei, warte. Ich glaube, gestern hatten wir 4,5. Jetzt 3. 7,5 Stunden ungefähr. Ich hatte unsere Emotionen ausgelutscht. Genervte Kopfschmerzen. Und mit anderen Worten, ja, hat es jemand selbst? Oh. Mir geht es so fett gut. Aber ich spiele hier auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Was, äh, was mich gerade verdammt fesselt. Was ich gar nicht mal so gedacht hätte. Weil sammeln ist ja eigentlich überhaupt nicht meins. Von daher war ich skeptisch bei dem Spiel. Aber irgendwie, es fesselt mich so ungemein. Wie kann es einem nur noch gut gehen? Wenn das nicht Ursula ist. Gute Ursula. Tomaten. Kleidungsbuttel. Ich hab's auch. Ich weiß ja, dass... Oh mein Gott, wir haben's. Das rote, das rote, langärmliche. Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Alter. Ist das schön und das glitzert. Ja. Ich liebe aber alle meine Kleider, die ich da schon hab. Das beißt sich nur, finde ich. Mit dem Rot. Also, nicht mit dem Rot der Koralle, sondern mit dem Rot mit den Haaren. Nein, ich wollte das Kleid nicht anziehen. Okay. Was haben wir denn eigentlich an Aufgaben jetzt mittlerweile? Und geht's sogar. Umfahrt halt schon wieder nach Strand. Gescheidet, okay. Da werde ich wahrscheinlich bald das machen können. Ich baue schon die verfluchte Höhle. Das machen wir ja jetzt. Ich stelle zehn Möbelstücke auf. Das dauert noch, da brauche ich die richtigen Möbelstücke für. Hi. Ah, da bist du ja. Ist das tatsächlich die Originalstimme? Also, ich rede hier nicht direkt, aber... Ist das gerade die Originalstimme gewesen? Fängt sie mir sehr so. Ich dachte, ich kenne jeden hier im Dorf. Wer bist du, Fischlein? Bist du diejenige, der mich hier gefangen hat? Um mich hier elendlich mit der Leyen verschimmeln zu lassen? Ich bin die Heldin des Teils. Das wichtigste Zuerst, wer bist du? Merlin schickt mich. Merlin? Dieser alte Knacker? Er hat sich geschickt, um mich zu finden. Hm. Das kann nur eines bedeuten. Deine Magie ist nicht stark genug, um den Bann zu brechen, der mich hier eingesperrt hat. Aber du, auf der anderen Seite? Du musst über große Magie verfügen. Wenn du es durch den Grotteneingang geschafft hast. Ohne Witz. Ich glaube, wenn ich heute Abend im Bett liege, ich gucke Disney. Ich habe da gerade so Bock drauf, ey. Wenn du hineingelangst, kannst du auch wieder herauskommen. Wie wär's, Schätzchen? Wirst du deiner neuen Freundin Ursula helfen, aus dieser Grotte zu kommen? Hm? Äh, wie bekomme ich dich hier raus? Indem du den Bann über diese Grotte brichst, Dummchen. Äh, ich meine Fischlein. Bevor das Vergessen geschah, schützte die Säule der Macht den schillernden Strand vor Flüchen und böser Magie. Aber kurz nach Beginn des Vergessens erzählte mir ein Seestern, dass jemand die Kugel von der Säule gestohlen, die in einer Grotte am Strand versteckt hatte. Natürlich wollte ich dem Dorf unbedingt helfen. Es begann nicht, diese Grotte zu durchsuchen, um sie zu finden. Und was war die Belohnung für meine gute Tat? Gefangenschaft in dieser schrecklichen Grotte. Du willst mir erzählen, dass du dieser Grotte gefangen wurdest, weil du dem Dorf helfen wolltest? Nein, du Arme. Du lügst, ich weiß es. Du wirst zuerst auf dich selbst achten müssen. Und das ist halt... Hm. Wobei, das Erste klingt halt... Ich glaube, das soll halt wirklich nett klingen. Für mich klingt das erst wie... Oh nein, du Arme. Okay. Endlich jemand, der sich um mich kümmert. Beide eigentlich nicht. Danke fürs Schönen. Du bist ein Schatz. Wo waren wir nochmal? Oh, die Kugel ist nicht hier. Sie muss in einer anderen Grotte am Strand versteckt sein. Wenn du mich rausholst, erzähl ich dir alles, was du über das Vergessen wissen musst. Sind wir uns eigentlich Schätzchen? Ähm... Einverstanden. Ich glaube, sonst komme ich hier auch nicht weiter. Ich brauche einen sogenannten Kristallschlüssel, um die Grotte zu betreten, in der sich... Äh... In der sich die Kugel befindet. Ich habe ihn hier und werde ihn dir sogar umsonst geben, solange du versprichst, mich nicht zu vergessen, während du herumrennst. Wenn du ihn richtig einsetzt, wird der uralte Magie einfach, die unter dem Dreamlight Valley verborgen ist. Äh... Entfachen, die unter Dreamlight Valley verborgen ist. Nun, worauf wartest du? Beeil dich. Wir können nicht riskieren, dass uns noch ein weiterer Fluch trifft und dich hier drin gefangen hält. Nicht, dass es so schlimm wäre, mit mir festzusitzen. Nicht wahr, Schätzchen? Ähm... Du könntest mich Magie lehren. Aha, du willst also mein Lehrling werden. Mir kommt da eine Idee. Komm mit der Kugel wieder und wir können darüber reden, Süße. Sind wir uns ein? Äh... Lego Ursula ist Kristallschlüssel in ein Gerät, in der Nils ist Verschluss. Zu einer Höhle am Schülernstrand, okay. Das kann ja was werden. Frage ist, wo? Ja... Ja... Perfekt, ihr wollt grad Pinkelpause machen. Ich auch, ich muss ganz drinnen. Ich auch. Ich muss auch. Oh, holen! Guck mal, das ist Micky! Micky! Ja, perfekt. Dann kann ich nämlich kurz eine Pinkelpause machen. Wollst du nämlich auch mal? Dann... Ja... Und... Und... WALL-E! Musik Bis zum nächsten Mal.